Das war hervorragend gespielt und jetzt steht es 1 zu 0. Ein toller Spielzug. Dusan Schvento mit dem 1 zu 0 in der 41. Minute. Ganz plötzlich ist es ganz schnell gegangen und dann sehen wir tatsächlich den dritten Treffer jetzt einmal in dieser 22. Bundesliga-Runde. Toller Spielzug auf Dusan Schvento. Da haben die Laufwege dann auch gepasst. Da spielt er ab. Soriano macht alles richtig, hebt den Ball über diese Abwehrreihe. Also Soriano der Assistgeber, genau dafür hat er heute seine Position bezogen. Hinter Meierhofer in dem Fall ist Dusan Schvento der schnelle, flinke Spieler gewesen. Der also dann das 1 zu 0 für die Salzburger erzielt das erste Mal, dass die Riederabwehr da so richtig ausgehebelt wurde. Bis zum Ende. erto. s